Aloha und weiter im Text mit TheBlock2. Hier viel haben wir nicht mehr zu tun, denn Zusatzaufgaben neigen sich langsam aber sicher dem Ende zu, denke ich mir mal. Hier ist irgendwo noch eine. Da sind zwei. Drei. Im Maschinenbau steht kein einziger Intiagent mehr. Du kriegst eine Eins für den Aufwand und eine Eins plus für den Stilblau. Warum keine Eins plus für den Aufwand? Das hat auch viel Arbeit gekostet. So, jetzt fehlen mir noch einiger. Die Maschinenbau-Fakultät hat die letzte dieser Bleichwerbetafeln gesehen. Diese Maschinenbau-Fakultät ist voller Musik und Farbe. Du hast jedes einzelne Labor angemalt. Was für ein Unterschied. Oh, da ist noch... Galeriezeug, da. Na gut. Da war keine Bleichentafel mehr. Sah nur so aus. So, da sind aber auf jeden Fall noch... Ja, genau. Hier, ne? Ui, 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 ui. Jo, die wollte ich haben. Ahm. So, wo gibt's denn hier noch Aufgaben? Da hinten. Ich seh eine. Ich seh eine Aufgabe. Oh, und da oben ist Inspiration. Da sollte ich mal dran gehen. Okay, Blob, es wird Zeit, deine Loyalität zum Krummerhaus unter Beweis zu stellen. Um deine Zugehörigkeit zu testen, wirst du über den Campus streifen. Der Zug von Farbatomen zeigt dir die optimale Streifzugquote. Wirst du erfolgreich machen, wenn wir dich zum Ehrenmitglied. Ich muss nur über den Campus laufen, nicht mal in einer bestimmten Zeit. Oh. Okay. Weiter so, Blob. Du hast es fast. Ich nehm mal einen kleinen Umweg. Ich wollte nämlich nicht die Farbe verlieren. So. Oje, hier gibt's ja viel. Die Raumfahrtfakultät ist in leuchtenden Farben getaucht. Ich wette, man kann sie jetzt sogar aus dem Orbit sehen. Kein Intiagenten mehr am See. Jetzt können sich die Studenten wieder gegenseitig hineinschützen. So sollte es auch sein. Ja, genau. So sollte es sein. Die Football-Saison fängt an, aber ich seh nicht genügend Werbetafeln für das Team hier in der Gegend. Pack es auf die gute alte Prisma-Universitätsart an, Bock. Blob, bock. Blob. So, wo gibt's denn hier noch? Ach, da oben. Komme ich da hoch am besten? Hm. Hm. So würde ich sagen. Entschuldigung. Yeah. Damit wäre das Letzte auch erledigt. Wop, 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 wop. Okay. Hallo. Hallo, ich hätte gerne... Ach, Mann, oh. Nee, da. Da ist der Z-Sprung. Man kann diese Dinger mal so schlecht voneinander unterscheiden, finde ich. Da ist irgendein komisches Zeichen, das ich nicht kenne. Gucken wir mal gleich. Nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier den Z-Sprung benutzen. So. Bäm. Genau, genau. Ich wollte, dass du jetzt da runterfällst, Manu. Ach, Blob. So, danke. Inspiration und Galeriezeug. Hier ist noch irgendwas. Da muss ich da rüber wieder. Aber alle Sonderaufgaben sind erledigt. Das ist doch schön. Nur ist hier noch irgendein Zeug, das ich zu erledigen habe. Bäume. Ah, okay. Baum, Baum. Boom, boom, boom. Jetzt gibt es auch keine Booms mehr. Und irgendwo sind noch Bleiche, die ich noch nicht befreit habe. Hier. Irgendwo hier. Ach, hier sind sie. Damit habe ich alle erledigt. Yay! Runde 1 geht an den Farbuntergrund. Die Genosse Schwarz-Universität schließt für immer und die Prisma-Staatsuniversität ist wieder da. Das ist nur der Anfang unseres Feldzuges zur Befreiung von Prisma City. Unser nächstes Ziel ist die Bleich-Cola-Apfelanlage. Bleib hier, wenn du noch ein paar Bonusaufgaben erledigen willst und verdien dir mehr Inspiration. Wenn du fertig bist, machen wir uns zur Apfelanlage auf. Ähm, nein. Ich möchte... Gleich. So. Ich möchte erst mal gucken. Speichert. Jo. Ähm, Fortschritt. Eine Inspiration fehlt mir noch. Soll ich die noch sammeln? Ich wüsste jetzt leider auch nicht, wo die ist. Wo ich die zu suchen habe. Es wäre natürlich schön, wenn ich sie hätte. Ich halte mal hier am Wasser ausschau. Die wird ja da gerne mal versteckt. Aber ich glaube nicht, dass ich sie im Wasser finde. Einmal auffüllen, bitte. Hm. Das wäre ja sehr ärgerlich, wenn ich jetzt wegen einer Inspiration hier sind Farbatome. Aber nach dem suche ich ja nicht. Ich gehe mal das Wasser entlang. Da wird man ja zum Glück nicht kleiner. Dup, dodo. Hey, das haben wir ja auch schon lange nicht mehr oder noch gar nicht gemacht. Und blub einfach mal durchs Wasser. Für längere Zeit. So. Ah ja, aber es freut mich, dass ich den Leuten allen so helfen konnte. Oh. Was gibt's denn hier? Da oben. Oh, da wollte ich mal hin. Da will ich hin. Was gibt's denn da? Und wie komme ich da hin? Da will ich jetzt hin. Da will ich jetzt hin. Das würde ich mir ansehen. Öpsa. Öpsa. Dup, 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 dup. So. Wie komme ich da oben hin? Ich muss nur auf eins der höheren Gebäude kommen. Hm. Hm, 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 hm. Nee, das war's nicht. Hm. Tukan. Nein, ich möchte doch nur da rauf. Och, Mann, oh. Hm. Hier waren wir ja schon. Wie komme ich da rüber? Gar nicht, wa? Nö, anscheinend nicht. Ist ja doof. Ich hätte mir diese Demonstration gerne mal angesehen. Hm. Wie viel habe ich denn jetzt? Oh, 31. Könnte man wenigstens das hier noch machen? Dup, dup. Aber dass es hier keine Inspiration mehr gibt. Gern gewusst, wo die letzte ist. Hm. Man kann ja leider nicht, äh, irgendwie mal aus der Ego-Perspektive glubschen. Das geht ja leider nicht. Hier war nichts mehr, ne? Hier war nichts mehr. Huip, huip, huip. Hui. Wow. Wow. Ich sehe nichts. Nichts von... Sie haben eine Trophäe verdient. Sprungfederpartisane. Gut, das wusste ich jetzt nicht. Aber, ey. Wenigstens etwas. Okay. Vielleicht sehe ich ja, wenn ich hier oben bin, ein bisschen mehr. Ich habe sie gefunden. Na komm. Oder muss ich erst... zum Dings werden? Aber das reicht doch nie im Leben. Da muss ich von Höher reinspringen einfach. Yay. Ich habe sie gefunden. Das ist doch schön. Damit... Wir schauen nochmal. Ja. Damit haben wir alles in diesem Level. Ganz toll. Okay. Ja. Uh. Einmal strecken. Ach. Sehr schön. Sehr schön. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Bonus-Aufgaben. 17 von 17. Sie haben eine Trophäe verdient. Staatsuniversität befreit. Wow. Neue Stimmung. Rang S. Das klingt doch vielversprechend. So, und was haben wir denn hier noch? Also, wir haben ja nicht mehr sehr viele Level, ne? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und geschafft haben wir 2, 3, 4, 5, 6. Oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ich kann nicht mehr zählen. Ja gut, aber, oder? Ne, ich fang den, das Level noch an. Den Level, der die das. Jetzt hab ich nicht gelesen, was da stand. Egal. Hm, was ist denn das von Kerr? Ach, hei. Oh, oh. Oh, Gott. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Da müssen mehr rein. Okay. Aber so wie es aussieht, werden wir den Anfang des Levels erst im nächsten Part von The Blob sehen. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von The Blob 2 wieder. Ovarie.